Hey Leute, okay, Hiro-Brennen wollte ein bisschen Ferien-Tropik-Kräfte installiert. Wie ihr schon vorher gesehen habt, war gerade ein Glitch passiert, wobei ich in der Luft geschwebt bin. Und, äh, ja, ich bin einfach nur so gesessen. Schick, so. La 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 la. Naja, jetzt passiert der Glitch wohl doch nicht mehr. Neue Glitch entdeckt. Okay, der Glitch passiert nicht mehr, aber ihr habt ihn ja kurz gesehen, oder? Wobei ich kurz da geschwebt bin. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. So, hier ist der Glitch noch einmal und dieses Mal etwas früher bemerkt. Ha, so. Jedenfalls, keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich bin einfach nur drauf gesessen. Ja, es ist mein Let's Play-Kumpel Hiro-Brennen. Er wollte ja nur Ferien machen. Ja, Hiro-Brennen, ich weiß, du willst Ferien machen, aber der Let's Play wird bald einmal weitergehen. Ich werde, sobald mein Let's Play vorbei ist, von Minecraft oder wahrscheinlich so nach 500 Teilen, ich glaube, so langsam kürze ich es doch eher ab, sodass es wenige Teile sind. Falls mache ich dann auch von Mods ein paar Let's Plays. Wie zum Beispiel von Tropicraft. Jetzt warte ich darauf, dass die Sonne zurückkommt. Also, ja, bis zum nächsten Mal, Leute.